Hallo und herzlich Willkommen zu diesem Informationsvideo hier am Sonntag den 17.07. Ich bin wahrscheinlich wenn ihr das seht jetzt gerade schon im Zug auf dem Weg Richtung Urlaub und deshalb habe ich eine kleine Planänderung was mein tägliches Programm anbelangt das war jeden Tag eine Minecraft Folge plus anderes. Ja da ist jetzt das so gekommen dass jeden Tag eine Folge kommt und zwar von Montag bis Samstag. Am Sonntag werde ich dann wahrscheinlich ein paar Reiseabenteuer aufnehmen die ich dann wahrscheinlich hochladen werde, höchstwahrscheinlich ich weiß es noch nicht. Auf jeden Fall stehen jetzt hier unten in diesem Infoskript alles mögliche drin was ihr wissen müsst. Also bis dahin ihr könnt mich über PN immer noch erreichen und über YouTube Kommentar ich bin immer noch da aktiv dabei nur eben nicht mehr so aktiv weil ist eben Urlaub ne. Gucke ich jetzt nicht jeden Tag rein. Aber schreibt fleißig Kommentare und das wars dann von mir. Ich wünsche euch noch eine wunderschöne Woche. Ciao Ciao. Gucke ich ja dann ein paar Abo Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020